Move your body, every everybody. Move your body, come on everybody. Wir sind heute der Clown. Ja, herzlich willkommen damit zu einer neuen Runde Dead by Daylight. Und zwar bin ich heute mal wieder der Clown. Oh, hier ist irgendjemand. Hier ist irgendjemand. Weglaufen sehen. Ach, komm schon. Warum lächst du auch in die Richtung? Okay, okay, er läuft weiter. Yo, also eigentlich hatte ich ja überlegt, ob ich jetzt nochmal den 9 Freddy spiele. Oder einen Killer, den ich noch gar nicht gespielt habe. Oder erst einmal. Aber dann dachte ich mir... Hm, ich kann einfach nochmal den Clown spielen. Okay, yo, ich bin zu doof gegen den. Ich bin zu doof. Ich krieg das hin, ich krieg das hin, ich krieg das hin. Lasst uns das einfach mal machen. Mann, wieso treff ich mir diese scheiß Dingern nicht? Oh, das war jetzt ein bisschen doof von dir, Junge. Sie sind schon durch mit dem ersten Ding. Das kann ja nicht sein. Kann doch nicht sein. Wo bist du? Komm her. Dankeschön. So, mal gucken, wo wir hier einen hübschen Haken für dich finden, mein Lieber Junge. Ja, gehen wir mal hier hin. Sehr schön. Und aufhängen. Und nachfüllen. So. Jetzt gucken, woher die Party geht. Da geht nichts. Ja, was? Hier ist mir das Feuer, ne? Voll falsch geworfen. Hä? Wie verfolge ich denn hier? Hä? Hä? Ja, das war natürlich vollkommen beabsichtigt. Aha. Ne, warte mal, der ist in die Richtung gelaufen, oder? Oh, oh. Yo, yo, yo. Ja, geile Sache, geile Sache, geile Sache. Wo ist er? Da ist er. Hinterher! Hinter dem Junge, na? Tja, die Palette ist leider schon weg, mein Lieber. Okay, das war verschwendetes Werfen. Tja. Dann kommst du jetzt an den Haken. Kommst du an den Haken? Du kommst, komm mal, du kommst genau an den Haken, wo der andere schon hängt. So schön. Die haben noch einen Generator, der macht das Gefällt mir gar nicht, ne? So, die eine Person ist bestimmt da hinten hingerannt. Oh, der sich Blutspur... Da sehe ich doch was. Oh, gleich zwei. Oh! Okay, Mädels, das war ziemlich doof von dir gerade, da nochmal reinzurennen. So, ich kriege dich! Oh, direkt hier an dem Haken. Ist das nicht schön. Oh, ist das nicht schön. So, und ab mit dir! Die andere war auch noch hier irgendwo. Wo ist die andere hin? Wo versteckst du dich, Mädel? Oh, versteckst du dich. Da. Ich trete jetzt mal nicht gegen, ich weiß, das ist Verschwendung. Auch von meinen schönen Perks und so, aber ich muss jetzt mal ein paar mehr Leute aufhängen hier. Okay, nee, wir laufen hinterher, wir laufen hinterher. Ach, Mano. Ja, ich weiß, ich muss damit auch noch ein bisschen üben. Junge, ich werde dich weiterverfolgen. Ich werde dich töten. Ich werde euch alle töten. Na los, wir schaffen es doch vor der Palette! Wir schaffen wir nicht. Na, die machen uns aber kaputt. Das ist ja so ein Verschwendung. Verschwendung, Verschwendung. Mist. Da bist du. Hallo! Ach, fuck. Mist, jetzt haben wir keine Pullen mehr. So ein Scheiß. Ich brauch doch meine Pullen. Ach, fuck. Fuck it. Mist, ich lasse mich hier voll aufhalten. Ich habe noch nicht mal gegen irgendeinen Generator getreten. Da gebe ich jetzt vollkommen zu. Ich habe meinen Fehler erkannt, Leute. Ich habe meinen Fehler erkannt. Ja, da geht doch schnell nichts dran. Junge, Mann. Ich lasse mich doch einfach mal richtig hier töten. Ach. Fick dich doch. Mist. Mist. Mist, 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 Mist. Da bin ich jetzt doch eingefallen. Gut, gehen wir zum nächsten. Bist du mir gerade so richtig schon ins Messer gelaufen. Das musste ich leider machen. Aber dich will ich auch. Ach, Mensch. Ich muss euch diese Pullen nachfüllen. Was mache ich hier eigentlich gerade? Kann mir das mal jemand sagen? Boah, Leute. Was mache ich denn? Was mache ich in so einer Situation? Trotzdem die Pullen nachfüllen? So. Oh, scheiße. Oh, ich habe jetzt nöt. Ich habe jetzt nöt. Also, da sollten wir jetzt mal ganz schnell gucken, dass wir die Leute abschlachten können. Oh, 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 oh. Was ist denn? Was geht denn da ab? Scheiße! Fick dich! Sorry. Ich hasse dich! Du hast mir mein Totem kaputt gemacht. Wie kannst du nur? Darauf habe ich mich ja auch die ganze Runde gefreut. Dich werde ich kriegen, junger Mann. Dich werde ich abschlachten. Dich werde ich abschlachten. Okay. Dumbledore! Kommen Sie her! Ich habe hier was Schönes für Sie. So, jetzt hat er, glaube ich, gerade sein Dings verbraucht. Ah! Gibt's doch nicht. Gibt doch. So, aber der hing, glaube ich, erst einmal. Ja, Mist. Da werde ich hier keinen Toten haben, wie es aussieht. Scheiße! Boah, wenn jetzt irgendwie auf die Idee kommt, die Palette umzuwerfen, ne? Dann kill ich den. Dann kill ich den. Aber mache Leben! Nicht im Spiel! Okay. Alles gut. Ist alles gut für mich? So, die Herrschaften sind bestimmt alle hier vorne irgendwo. Ich glaube, das ist der Generator. Äh, der Generator. Der Ausgang der Ge... Ach, ne, der wurde nicht geöffnet, ne? Oder? Doch. Ist jemand? Mist. Hier war jemand. Was ist mit dir? Sehr gut. Tch. Ja, schade. Schade, schade, schade. Keinen Toten. Keinen Toten. Ach, na ja. Was soll's. Ich habe ja schon mal gemeint, es geht nicht darum, nur unbedingt Leute abzuschlachten. Das war ein faires Spiel, würde ich sagen. Ich habe ja meine Fehler selber erkannt. Ja, genau. Auf jeden Fall, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr noch weitere Tipps habt, Sachen, die mir jetzt nicht aufgefallen sind, könnt ihr mir dies auch gerne nochmal sagen. Und, ähm, ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Mir hat's trotzdem Spaß gemacht, obwohl wir keinen abschlachten konnten heute. Und, ähm, ja, ich würde sagen, dann bis der. Dann. Ja. Dann.